Hey, mein Name ist Wirt und ich habe ein Praktikum bei Digital One Network abgeschlossen. Ich würde gerne dazu sagen, dass es mir besonders viel Spaß gemacht hat, Neues über zum Beispiel Canva, WordPress oder Mailschirm zu lernen. Und vor allem war ich auch nie alleine, weil ich sozusagen mit meinem Team oder mit meinen Kollegen sozusagen zusammengearbeitet habe. Immer als ich Fragen hatte, konnte ich immer zum Beispiel den Chef halt fragen oder zum Beispiel meine Freunde, das heißt, ich war nie alleine. Besonders gut hat es mir gefallen, dass wir zum Beispiel zu Hause sehr effizient und sehr qualitativ arbeiten konnten, denn wir alle schon zu Hause hatten. Und deswegen würde ich mich gerne freuen, weiterhin bei Digital One Network arbeiten zu können. Gerade weil man sozusagen während der Schulzeit oder während der Abiturzeit trotzdem die Möglichkeit hat, arbeiten und auch Geld verdienen zu können. Hallo, ich bin Leonardo und ich habe mein Praktikum bei Digital One Network abgeschlossen. Ich habe vieles gelernt, wie zum Beispiel der Umgang mit Mailschirm, WordPress oder auch Canva. Aber besonders gut hat mir die Arbeit zu Hause gefallen, da man sich die Arbeitszeiten selber einteilen konnte. Ich kann jeden ein Praktikum bei Digital One Network nur empfehlen. Hallo, ich heiße Doku und ich habe ein Praktikum bei Digital One Network erfolgreich abgeschlossen. In den zwei Wochen habe ich einiges gelernt und viele Erfahrungen sammeln können, wie zum Beispiel das Arbeiten mit Mailchimp, Canva oder WordPress. Unter anderem hat mir das Arbeiten über Remote auch sehr gut gefallen, da ich zu Hause eine heimische, aber auch gute Atmosphäre hatte und trotzdem eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen konnte. Und wenn du auch Lust hast, bei Digital One ein Praktikum zu machen, dann melke dich jetzt.